Ich darf mir kurz vorstellen, mein Name ist Luis Köll, ich bin vom Hotel Almhof hier in Nauders. Das Hotel Almhof ist ein vier-steine Superheer-Hotel am Rischenpass. Wir sind fokussiert auf Wellness und sportbegeisterte Gäste, haben das ganze Jahr geöffnet. Und haben natürlich einen großen Fokus auf die Freizeiteinrichtungen, wie gesagt, Wellness und Sport gelegt. Die Firma Morigl kenne ich schon seit über zehn Jahren. Wir arbeiten seit über zehn Jahren erfolgreich zusammen. Sie haben alle Baustufen, alles bei uns begleitet, sind auch ständig hier mit der Haustechnik konfrontiert. Sprich, sie machen auch die kompletten Wartungen von Heizung, Lüftung, Sanitär, die ganzen Elektroarbeiten. Zur Firma Morigl bin ich gekommen, weil es einfach ein Komplettanbieter ist. Man hat alles aus einer Hand und das ist in dem Gewerke in so einem Hotel ganz wichtig, damit man reibungslos die Technik funktioniert und damit man sich als Hotelier auf das Wesentliche, auf die Gäste konzentrieren kann. Die Firma kann ich sehr empfehlen. Es gibt alles aus einer Hand. Sie sind immer vor Ort. Sie sind 24 Stunden erreichbar. Es ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und was natürlich auch für uns wichtig ist, wir haben immer die gleichen Ansprechpartner. Auch in der Firma sind sehr viele langjährige Mitarbeiter, die kennen das Haus, die kennen die ganzen Gepflogenheiten hier. Die wissen, wo was ist. Also die können ein- und ausgehen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil von der Firma Morigl, dass sie langjährige, treue Mitarbeiter haben und unsere Technik bestens kennen. Also wie gesagt, kann ich Ihnen nur empfehlen. Sie ist ein toller Partner und erleichtert das Leben im Hotel sehr, weil einfach alles funktioniert. Danke vielmals. Danke vielmals.